Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen und damit auch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ja, momentan traden wir bei ungefähr 22.372 US-Dollar. Wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern, wo wir unseren größeren Abverkauf hingelegt haben. Trotzdem können wir uns im Chart ein bisschen was angucken, vor allem bei Bitcoin und bei Ethereum. Vielleicht werfen wir auch nochmal einen kurzen Blick auf Cardano und Polkadot, einfach mal um zu gucken, was sich hier getan hat für mögliche Trade-Setups. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Natürlich auch gerne einen Zweitkanal. Und kommt gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe, wenn ihr Bock habt auf Updates. Und natürlich auf Trade-Signale, kommt da gerne rein. Außerdem noch ein kleiner Hinweis und zwar BingX, beziehungsweise BingX, die German Group, sage ich jetzt einfach mal, oder Dachgruppe, wird ein Jahr alt. Deswegen gibt es ab nächster Woche eine coole Aktion. Man startet hier am Mittwoch mit einem Quiz, Donnerstag Guest-The-Price-Event. Also ihr könnt hier eine Menge gewinnen. Es gibt hier einerseits 500 US-DT plus Trial-Fund und Merch-Paket gibt es natürlich auch zu gewinnen. Also schaut euch das gerne an. Also wer noch keine Börse hat, kommt gerne zu BingX. Link unten in der Videobeschreibung angepinnt. Und ja, gerne da sich anmelden. Gut, jetzt aber auch genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, traden wir bei ungefähr 22.371 US-Dollar. Ihr seht, es hat sich im 4-Stunden-Chart wenig getan. Deswegen blicken wir mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film, weil da ist einfach das Wichtigste momentan. Und zwar unser Trend hält. Der hält einerseits hier bei BingX. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz nochmal auf Binance an. Auch hier seht ihr, wir haben keinen Lower Low mit Schlusskurs hingelegt. Das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Auch hier dieses letzte Tief. Haben wir ja gestern drüber gesprochen. Es wäre nicht gut, sollten wir unter 21.800 US-Dollar schließen. Haben wir nicht. Wir haben nicht mal hier unter diesem Schlusskurs bei 22.200 US-Dollar geschlossen. Das heißt, wir sind weiterhin in einem Aufwärtstrend. Wir müssen uns momentan noch keine Gedanken machen, dass wir hier Richtung 18 oder 19k gehen. Natürlich besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wir nochmal einen Wick nach unten hinkriegen, bis ich sage jetzt mal 21.300 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall drin. Wir sollten nur einfach nicht unter unserem Abtrend schließen. Solange haben wir auf jeden Fall noch die Chance, weiterhin zumindest vorübergehend in Richtung 30 bis 32k zu traden. Ja, ansonsten seht ihr, 4 Stunden Timeframe, überhaupt keine Bewegung. Also gar nichts hier. Immer mal ein paar Wicks, Volumen sehr, sehr weit unten. RSI erholt sich kaum. Klar, bei so einer Seitwärtsphase oder in dieser Range, in die wir uns gerade bewegen, zeichne ich mal ganz kurz ein. Das ist unsere Hauptrange, momentan zumindest fürs Wochenende. Deswegen lohnt sich wie immer mal der Blick auch in den 1 Stunden Timeframe. Auch hier seht ihr, tut sich rein gar nichts. Wir haben nach unten ein bisschen Wicks, wir haben nach oben ein bisschen Wicks. Trotzdem, und wir haben gestern schon darüber gesprochen, ist für mich die Wahrscheinlichkeit momentan nach jetzigem Stand deutlich, deutlich höher, dass wir uns zumindest hier oben in diesem Bereich der 23.196 US-Dollar noch einmal aufhalten. Einfach um die Ineffizienz nach oben hin zu füllen. Wir ziehen uns mal ganz kurz das FIP-Level dazu. Da seht ihr auch, okay, wir haben hier vor allem bei den 23k eine sehr, sehr große Confluence einerseits mit dem Golden Pocket, wo wir die letzten Male immer wieder zurückgewiesen wurden. Und das war ja der Punkt, warum ich gesagt habe, ich traue dem Ganzen noch nicht, dass wir gleich Richtung 26 gehen. Die 22k war einfach wahrscheinlicher. Da haben wir die ganze oder die ganze Woche schon drüber geredet, dass es immer, immer größer ist, die Wahrscheinlichkeit. Umso öfters wir am Golden Pocket rejected worden sind. Wir hatten zweimal eine Rejection, einerseits hier oben, andererseits auch hier bei eben den knapp 24k, wo auch unser Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung lag. Und jetzt wartet einfach das Nächste auf uns. Für mich persönlich wäre es einfach sinnvoller, wir versuchen zumindest im Laufe des Wochenendes, klar, wir würden dann wieder ein CME-Gap bilden, das ist dann ein anderer Punkt, aber gut, sei mal dahingestellt. Sollten wir hier nochmal hochkommen, wichtig, dass wir hier drüber kommen und dieses dann auch als gegebenenfalls Support bestätigen. Wir haben weiterhin unsere kleine Long-Position von 21.750 US-Dollar offen. Diese werde ich auch weiterhin erst einmal offen lassen. Ich werde hier momentan erstmal nichts tun, gegebenenfalls nochmal ein bisschen vergrößern, weil wir ziemlich nah am Entry sind. Das heißt, da würde sich nicht mehr viel ändern, wenn wir jetzt, sage ich mal, die Position verdoppeln. Dann würden wir irgendwo hier in dem Bereich 21.900 US-Dollar landen. Aber wie gesagt, da werde ich dann der Telegram-Gruppe nochmal Bescheid geben, sollte ich diesen Step wagen. Ich bin aber trotzdem am überlegen, ob wir eine Risky-Long hier nochmal aufmachen sollten. Mit einem Stop-Loss unter diesem Tief, was wir hier gebildet haben, wo wir gestern ja darüber gesprochen haben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist oder es eigentlich wünschenswerter wäre, dass wir uns dieses Tief nochmal holen. Aber wie gesagt, es ist das Wochenende, da kann im Endeffekt alles passieren. Wichtig, wie ist die Reaktion hier oben bei den 23K und natürlich bei der Ineffizienz bei 23.200 US-Dollar. Sollten wir hier oben eine Rejection reinkriegen, werde ich auf jeden Fall nochmal einen Short probieren. Beziehungsweise werden wir auch endlich mal einen Short probieren die letzten Male. Ja, ich traue es doch ein bisschen danach. Ich habe zwar gestern gesagt, okay, mir ist es ziemlich egal, aber ich traue diesen Shorts ein bisschen hinterher. Aber gut, wie gesagt, man kann nicht alles traden. Wir hatten unsere Long-Position offen. Und wie gesagt, die Möglichkeit, dass wir eben nochmal hier runtergehen in den Bereich der 21.3, 21.5, auch aufgrund der Volumina, die eben hier unten liegen, aufgrund dieser Demandzone, die wir unten noch haben, ist weiterhin gegeben, dass wir auch erstmal diesen Step nach unten hingehen. Mit einem Wig einfach nur nicht tiefer schließen. Also das heißt, bei 22.160 einfach dann den Schlusskurs haben und dann versuchen, das Golden Pocket anzulaufen. Das sind jetzt momentan die zwei Szenarien, die ich einfach am wahrscheinlichsten sehe. Trotzdem möchte ich erst einmal nichts überstürzen. Wie gesagt, da oben ist es Short-Terror, hier unten erst einmal das Long-Terror. Wir sind auf dem Daily-Time-Frame, Bullish. Wir sind auf dem Weekly immer noch Bullish. Auf den kleineren Time-Raps ist es einfach ein bisschen Konsolidierungsphase, um den richtigen Point, sage ich mal, zu erwischen. Deswegen momentan würde ich einfach noch nicht zu überdramatisieren, was jetzt gestern diesen Abverkauf anbelangt oder verursacht hat. Da warten wir jetzt erst einmal ab. Wir haben unsere drei Abverkaufswellen gesehen. Darüber haben wir auch die Woche gesprochen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz auf. Wir hatten hier die erste, dann eben die zweite, dann mit einer längeren Konsolidierungsphase und dann eben die dritte. Und die dritte ist jetzt abgeschlossen. Und dann könnten wir jetzt erst einmal zumindest ein kleines Reversal nach oben hin sehen. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum, schauen uns den Kurs auch mal ganz kurz an. Wie sieht es hier aus? Im Endeffekt ziemlich gleich wie bei Bitcoin. Wir haben das gleiche Level, welches wir hier oben antesten sollten. Bei ungefähr 1614 bis 1619 US-Dollar. Hier oben wartet die Ineffizienz auf uns. Dieses Mal aber direkt im Golden Pocket. Da seht ihr auch wieder, wir haben hier schon wieder ordentlich Unterschiede bei Bitcoin und bei Ethereum. Golden Pocket war bei Bitcoin vor der Ineffizienz. Bei Ethereum ist die Ineffizienz genau am 0,65. Also hier auch wieder müssen wir einfach im Stundenchart schauen, wo bewegt sich welcher Kurs, zu welcher Zeit. Sollte Bitcoin dann beim 0,786 sein und Ethereum erst beim Golden Pocket. Dann ist hier auf jeden Fall die perfekte Short Area persönlich für mich. Trotzdem, ich habe es gestern schon erwähnt, wäre es persönlich wünschenswerter, dass wir nochmal in Richtung 1.544 US-Dollar kommen. Wir haben es gestern nicht ganz geschafft, haben einen schönen Aufkauf hier in dieser Area gesehen. Trotzdem, ein Lower Low wäre meines Erachtens nach sinnvoller gewesen, einfach um den Schatten hier unten zu füllen. Und dann, sage ich mal, nach oben hin einen neuen Versuch in Richtung 1.615 US-Dollar zu starten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Deswegen warte ich hier auch noch ein bisschen mit einer neuen Long-Position ab. Sollten wir hier runterkommen, dann probiere ich diese Long mit einem Stop-Loss, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Mindestens unter 1.522 hat einfach diese Ineffizienz, beziehungsweise dieses Void, was wir hier drüben gebildet haben, vom, was haben wir hier, 14., naja, 13. Februar. Aber, dass wir das noch füllen sollten, deswegen Stop-Loss da drunter, 1,96% ist nicht viel meines Erachtens nach für eine mögliche Long-Position. Und dann gib ihm zumindest ins Golden Pocket. Sollten wir hier oben wieder rejected werden, dann sieht es übel aus. Und dann kann ich mir sogar hier die 1.440 US-Dollar mit diesen kleinen Ineffizienzen, die wir unten noch haben, wirklich, wirklich vorstellen. Aber wie gesagt, das sind einfach noch ein bisschen andere Zeiten. Darüber müssen wir uns nach jetzigem Stand zumindest noch keine Gedanken machen. Erstmal eine kleine Relief-Rallye, in Anführungszeichen Rallye, die wir uns hier vorstellen könnten. Und wie gesagt, dann schauen wir einfach weiter. So, da habe ich euch ja versprochen, wir schauen nochmal ganz kurz zu Polkadot drüber. Auch hier wurde der Schatten noch nicht gefüllt. Klar, die Area ist schon richtig geil für einen Long. Da haben wir auch in den Livestreams drüber gesprochen oder wer auf dem Zweitkanal die Videos sieht, haben wir auch drüber gesprochen. Hier unten würde es sich schon sehr anbieten. Nur das Problem ist, wir haben hier einfach noch den Schatten mit sehr, sehr viel Volumen. Deswegen warte ich hier persönlich auch noch drauf. Lower Low und dann zumindest hier oben die Ineffizienz zu füllen. Wir kontrollieren das Ganze ganz nochmal mit dem FIP-Level dazu. Das seht ihr auch, okay. Ineffizienz bei 6,22 Dollar, Golden Pocket bei 6,28 Dollar rum. Also es ist schon sehr, sehr viel Confluence in diesem Bereich. Und auch der Downtrend, der hier oben verläuft, kommt auch noch dazu. Also hier oben sehr, sehr signifikantes Level. Einerseits für Shorts, andererseits um Profits zu schließen, sollten wir noch gegebenenfalls in den Long reingehen. Und das Ganze schauen wir uns dann natürlich auch nochmal bei Cardano an. Auch hier lasse ich erstmal noch den Weg. Hier haben wir aber die Ineffizienz schon komplett gefüllt. Also das Problem ist jetzt bei Cardano für mich persönlich, Bitcoin hat Aufwärtspotenzial, Ethereum hat Aufwärtspotenzial. Jetzt da rein zu shorten bei Cardano würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Das heißt, das Setup, was wir gestern besprochen haben, also dieses ist für mich längerfristig noch aktiv. Ich würde jetzt hier aber nicht shorten. Ich hätte mir erst einen Lower Low gewünscht, um dann, sag ich mal, hier oben zu shorten. Jetzt momentan absolut uninteressant persönlich für mich. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Silvergate Capital mit Problem SEC Jahresbericht nicht eingereicht. Coinbase hat sich schon dazu geäußert, dass es ein unbedeutendes Engagement bei der Bank hat. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich, entweder ist es ein bisschen zu viel FUD, wobei man mit FUD ein bisschen aufpassen muss. Es stimmt ja, dass die Probleme haben. Aber die Frage ist, wird es wirklich solche Riesenauswirkungen haben? Das wird sich zeigen. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie sich das die nächsten Tage entwickelt. Aber wie gesagt, es wird immer, immer einen Grund geben, warum der Kurs plötzlich dann sinkt aufgrund News. Wir haben es die Woche schon gesagt, 22K ist einfach wahrscheinlich aufgrund der Reaktion am Golden Pocket. Jetzt kam Silvergate. Daraufhin der Abverkauf. Also man kann das immer so drehen, wie man möchte. Da passt wiederum das Sprichwort, der Chart macht die News, nicht die News machen den Chart. Aber gut, muss jeder selber da draußen wissen. Aber gut, lest euch den Artikel gerne durch bei CryptoGuru. Dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder zum Wochenausblick mit einem Blick auf den DAX und sonstige Werte. Und ja, eventuell mache ich heute noch ein Aktienupdate. Aber gut, das werde ich dann spontan entscheiden. Dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und gerne den Partner BingX abchecken. Gut, dann hören wir uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.